Wir haben die Föderationsflotte weggelockt, aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt, seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie, nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiterer Chef auf den Friedhof. Und damit ein herzliches Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge. Call of Duty Ghosts. Es geht hier da spannend weiter. Auf jeden Fall, jetzt sind wir unter Wasser unterwegs. Wie immer wird jetzt, wird jetzt wahrscheinlich versuchen, ich werde jetzt versuchen, den Part, oder die Parts immer, ähm, immer um 17 Uhr rauszubringen. Ich verbiess mich mal kurz. Kein Bock, wieder mich von einem Halt so erwischt zu lassen. Ist da ja Bescheid. So, eine Taschenlampe haben wir nett oder so. Naja, man ist doch auch fett raus, ne? Alles klar, Chef. Du bist der Master. Jupp. Und brauchst immer zwei oder drei Pfeffer. Naja. Feuerfreigabe. Ich übernehme den da hin. Gut gemacht. Los, das Frag, damit wir in Deckung bleiben. Das ist mal reload. Ich frage mich, was für Kugeln das sind. Ah, da geht's steigen. Also, Leute. Bleib unten. Bleib unter dir. Ja. Ja. Also, das ist schon... Das ist schon extrem geil gemacht. Ich frage mich aber auch, was für eine Munition es ist. Was die dann verwenden. Scheiße. Sie sind dabei. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie werden Teil der Schiffswaffe. In den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle vier. Wir schalten Sie uns ein Zeichen rein. Mein Zeichen. Feuer, fein! Sie werden ehrlich. Sicher. Okay. Vorab. Das Ziel ist in Bewegung. Müsst euch beeilen, sonst ist eure Chance dahin. Ja, es wurde ja von Call of Duty Ghosts das wunderbare Unterwasserwelt. Blankieren hält sich doch gut. Nein, echt jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, könnte es nochmal aufhören. Hätte ich vielleicht ein bisschen alles da machen können. Der ist Jod, der ist Jod. Alter, wie viele Fässer sind denn hier? Ah, jetzt haben wir eine Taschenlampe. Ich folge dir, Master. Du weißt, was du tun musst. Du bist einer der Ghosts. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, das hier ist immer noch nicht gelangt. Ich muss gehen. Wir haben das Ziel und die hier. Start nach Verkost. Empfang, starke Sonamen in eurem Bereich. Dieser Wasserdruck könnte tödliche Auswirkungen haben. Haltet die Flaschen oben und den Kopf unten. Ja. Nein. Das kriegen wir auf keinen Fall auf. Wir müssen uns hier durchschneiden. Aha. Das geht ja auch so schnell. Ja. Oh. Oh. Das geht ja auch so schnell. Oh. 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 Das geht ja. Oh. Kas 매le Leuchtung. Los! Ja. Ja, was ist das genau? So Klasse, du hast es! Oh, wow Oh, scheiße Felsheide! Warum geht das auf einmal so schnell nach unten? Luft, Luft Es drückt doch Super Ja, weg, wenn ich da liege erstmal So schnell kommt man unter Wasser nicht rein Oh, shit Alter Ich bin nicht so schnell, warum? Ich drück doch schon wieder hin Das ist relativ Oh, da kommt Autos umgeben Ist gut, ist gut, ist gut Ist gut Moment 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 Moment, Moment, Moment Wollen wir mal einen ruhigen Wollen wir mal einen ruhigen Ich brauche einen Moment Ich brauche einen Moment Schön, dass ihr die Lichter anhalten. Lass sie dann ausgehen, wenn ihr Trug zahlt. Weiter geht's, weiter geht's. Nice. Wir treffen uns aber auch schon. Oh, wie staunend. Oh, die Haie können euch vernaschen. Wo ist mein Kollege? Wo ist er? Äh, hallo? Ich bin jetzt einfach mal voraus. Okay, er hat es jetzt. Ja, genau. Penner. Noch mehr Deppen. Ja. Sollte uns ja eigentlich nicht interessieren, oder? Wasserbomben im Schiff. Aua, aua. Aua. Ist schon gut. Lass uns, ihr sollt hier sicher sein. Alter Vater. Halt nur die Augen auf. Was, eine Mission. Wie viel Arbeit. Naja. Activision oder, ne. Die machen sich nicht mehr so viel Arbeit. Infinity Ward. Ich glaub, die hat, Infinity Ward hat hier, glaub ich, schon gar nicht mehr mitgemacht, oder? Sein. Bin mir nicht sicher, bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße erzähle. Wie sauber. Ich frag mich jetzt, ob das jetzt... Äh, naja. Ich würd grad sagen, ob das jetzt kommt, oder nicht. Ich glaub, es kommt jetzt. Ja. Scheiße, jetzt kommt das. Ich würd... Bei der letzten Folge wurde ich einmal gefressen. Eigentlich nicht wirklich. Ich warte einfach, bis der nochmal ruhig drum ist. Nichts gemacht. Du blöder Pisse, Alter. Letztes Mal hab ich auch langsam gemacht, hm? Das ist ein blöder Pisse, ne. Da sind sogar Tigerhaie. Ich will die Kämmen knutschen, Alter. Pisse. Greift er mich einfach an? Noch nicht mal was gemacht. Ja. Alles klar. Man hätte sich auch nicht wehren können, oder? Na gut. Ich denk mal, dass du sowieso verblutet wirst, wenn du so angegriffen hättest. Auch selbst wenn du mit dem Messer sich gewehrt hättest. Wir scheinen sich hier zu sein. Ja. Sagst du immer. Überall ist es dann sicher in solchen Bereichen, ne? Skatecrawl, hier ist 6.2. Nähen und Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 6.2. Schön von euch zu hören. Jo. Wem sagst du denn? Locker easy, wa? Die Vögel sind jetzt startklar. Haben grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 6.2 Ende. Äh, äh. Alter, Vater. Bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Ein Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier. Vor uns. Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei herauszufinden, was es war. Jo. Endstation. Das ist die letzte Mission, wo ich aufgehört aufzunehmen. Die Föderation bekommen unterhalb. Diese Mission seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke euch recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Und ja, wie gesagt, das Ganze kenne ich auch noch. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel ich aufgenommen habe. Und danach ist es blind. Und dann wäre ich mal echt gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like da, für dieses Projekt zu unterstützen. Das wäre echt super. Und ansonsten schreibt Kommentare, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Verwässerungsverschläge, etc. Und ansonsten, wenn ihr keine Videos verpassen wollt von mir und Flo, dann einfach den Abo-Knall drücken. Und dann ist das Sache gefressen. Ja. Also haut rein, weiß ich. Macht's gut. Ciao.